Geht Marvel-Schurke Loki bald den Bund der Ehe ein? Zumindest wurde an der Hand von Tom Hiddlestons Freundin ein Diamantring gesichtet? Ein auffälliges Schmuckstück von Schauspielerin Zabe Ashton, 37, Nocturnal Animals, lässt die Gerüchte Küche brodeln. Hat ihr Freund, Marvel-Star Tom Hiddleston, 41, ihr etwa einen Heiratsantrag gemacht? Darauf deutet jedenfalls der auffällig große Klunker hin, der im Rahmen der BAFTA Awards am vergangenen Wochenende am Ringfinger der Schauspielerin gesichtet wurde. Besonders deutlich ist der Ring auf einem Selfie vom Abend zu erkennen, den Moderatorin AJ Odudu, 34, in einer Instagram-Story gepostet hat und der unter anderem noch der Daily Mail vorliegt. Flankiert von dem Paar lacht Odudu darauf in die Kamera, Eshtons Hand samt Diamantring ruhen auf ihrem Arm. Auf der Bühne hat es gefunkt. Im Nachhinein auffällig sei derweil, wie Eshton ihre Hand auf Aufnahmen vom roten Teppich noch unter ihrem Kleid verborgen hatte. Als weiteres Indiz für eine Verlobung heißt es in dem Artikel, dass beobachtet worden sei, wie Hiddleston und sie Glückwünsche zahlreicher Kolleginnen und Kollegen entgegengenommen hätten. Ungewöhnlich wäre die Geheimniskrämerei jedenfalls nicht für sie. Denn schon ihre Beziehung haben die beiden lange Zeit verborgen gehalten. 2019 lernten sich Hiddleston und Eshton bei dem gemeinsamen Stück wie Trail Cannon, doch erst bei den Tony Awards 2021 schritten sie betont als Paar über den roten Teppich, und das unter Umständen gar nicht freiwillig. Jedoch waren kurz zuvor Paparazzi-Bilder der beiden im Netz aufgetaucht, die sie küssend beim gemeinsamen Ibiza-Urlaub zeigten und jeden Zweifel aus der Welt räumten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017